Oh, Ratzfratz. Riesafloon. Basierblatt. Jetzt müsste ich nur gerne wissen, wo die Türöffner ist. So, Ratzfratz ist kaputt. Zubat. Komm, nun mach ich kalt. Zerschneider. Das war so klar, so klar, dass das jetzt treffen muss. Pass auf. Ist doch tot. Rettan. Das wird ja immer besser. Ja. Und ich muss mal ganz kurz ne Pause machen. Bis gleich, Leute. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Sorry, ich hatte ein wichtiges Telefonat zu führen. Und sind jetzt wieder zurück am Start bei Pokémon, mitten im Kampf gegen einen Team Rocket. Zerschneider erstmal. Ah ja, wir waren ja verwirrt. Hab ich ganz vergessen. Bis ja... Fünf. Ist nicht mehr verwirrt. Sauber. Zerschneider. Wir zerlegen ihm eins nach dem anderen. Wir zerlegen ihm eins nach dem anderen. Ratzfratz mal wieder. Das ist jetzt gleich auch weg. Scheinbar hat er nur so kleine Pissviecher. Wenn ich es mal so sagen darf. Und das muss natürlich jetzt daneben gehen. War... Das war so klar. Pump sich auf. Ja, und ich hau dir erstmal ein Rasierblatt vor die Omme. Ja, Norratzfratz das Malch. Rasierblatt. Ganz klassisch. So. 304. Passt Level ab. Sauber. Okay, ich lasse dich durch. Du hast gar keine andere Wahl. Aber hier geht es eh scheinbar nicht lang. Wir brauchen den Türöffner. Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo wir diesen Türöffner finden. Hier ist ja alles dicht. Wir werden jetzt mal einfach überall reingehen. Oh, Klöpfchen. Hilfe, ich habe Angst. Ja, das habe ich auch. Oh. Mein Pokémon erwartet dich. Dann komm. Elektroball. Oh, oh. Visa Floor. Rasierblatt. Wenn du mir jetzt mehr Schaden machst, als ich dir, wäre das unfair. Das ist hier wohl bewusst. Hat sich erledigt. Ich habe gar nichts gesagt. Nochmal Rasierblatt. Bam. Ding. Ding. So muss das laufen. Du schwächliches Pokémon. Mist. Nicht schwächliches Pokémon. Du bist die Lusche. Super Trank. Irgendwo muss es doch einen Tipp geben, wo ich diesen Türöffner kriegen kann. Ich will nicht schon wieder googeln. Mann. Tauboga. Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt man nicht durch. Ja. Hahaha. Bist du witzig. Das habe ich auch schon gemerkt. Dass das hier alles dicht ist. Mann. Aber wo ist... Einfach mal alles durchgehen. Hilfe. Ich bin ein Mitarbeiter der Sips. Go. Ja. Am Arsch. Slimer. Aeroas. Komprimator. Weißt du was? Das interessiert mich nicht, dass du dich kleiner machst. Aeroas trifft immer. 500. Smogmog. Das ist so scheiße. Das könnte meins ganz schnell vergiftet werden. Deshalb werde ich die hier umknüppeln. Bam. Oh oh. Nein. Bitte nicht vergiftet. Aeroas. So. Du haust gut rein. Aber meins ist stärker. Sack. Smogm. Dich werde ich ja wohl noch so platt machen. Flügelschlag. Bom. Ich hasse dich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Boah. Wie ich es hasse. Ausdruck. Ausdruck. Wie ich diese Typen hasse, die sich in die Luft jahren. Oh oh. Ich geb dir keinen EP. Oh oh. Mach die Schale dicht. Lass dich nicht vergiften. So viel zu. Mach die Schale dicht. Ja. Kannst aufhören. So schnell kann es gehen. Und ich darf wieder nach Hause. Och man. Habe ich einen Beleber hier? Nö. Spezialangriffswert. Gebe ich mal im Ommort. Zink. Spezialverteidigung. Oh ja. Das geb ich aus aus. Weil der da so wenig von hat. Und. Jetzt nehmen wir uns erstmal das nächste Fluchtseil rein. Ob. Au 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 au. So. Heile mich. Also. Nicht mich. Sondern. Meine Pokémon. Ne. Also. Nichts falsches verstehen. War das nicht in einem anderen Gebäude dieser Türöffner? Ich meine mich daran zu entsinnen, dass das gar nicht im Hauptgebäude war. Psychologenhaus. Psychologenhaus? Warte. Sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? TM29. Ist Psychokinese. Oh ja. Sie vermindert die Spezialfähigkeiten des Gegners. Oh hammergeil. Hammergeil. Omot. Wir haben hier was für dich. Psychokinese. Oh ja. Psychokinese zu erlernen. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja. Boah. Was nehmen wir denn? Ich nehme mal Superschall. Superschall ist zwar schön und gut, aber Stachelspore trifft immer. Naja. Was heißt immer? Öfter zumindest als Superschall. Boah. Ist das geil. Jetzt haben wir schon Psychokinese. Fehlt nur noch Psychistrahl. Zack. Was haben wir hier? Pokémon Trainer Fan Club. Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Ja. Da ist die Kampf Arena. Was willst du noch? Hau ab. Hm. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, es ist doch da drin. Das ist ein Dreckstüröffner. Wo ist der? So. Das wird nur ein Ratespiel für meine Lieben. Hier ist es nicht. Ja, wo ist es denn? Aha. Ob die Silvskur schon erledigt ist? Nein. Aber ich suche diesen verdammten Türöffner. Würdest du mir helfen, ihn zu suchen? Würde ich euch viel schneller retten können. Hier ist auch nichts. Ich werde jetzt einfach sämtliche Platten durchgehen. Wie ich hier finde. Ja, aber Sigi. Ach, nö, Leute. Warte mal. Scheiße. Hier ist es nicht. Wie schautet denn... Mach dir die Schwachzellen zu, nur zu denken an die Elementklasse. Lexus hat Türöffner gefunden. Sauber, Leute. Ja. Jetzt können wir eigentlich überall rein. Das wurde auch Zeit. Boah, hat das genervt. Mach uff. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. Zack. Lexus für eine Powerpunch. Powerpunch ist immer super. Bin ich schon in dem richtigen Ding drin? Ich wollte schon sagen. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. So. Meinte er. Bingo, die Tür ist entriegelt. Lexus hat Hypertrank gefunden. Ich arbeite für das Team Rocket. Die Sales Go zahlt zu wenig. Du meinst an Steuern, oder was? Naja, soll mir auch recht sein. Oder relativ egal sein. Das ist natürlich jetzt super, dass die einzigen zwei Pokémon, die ich noch trainieren muss, Elektroschwäche haben. Nimmst du Knogger. Knogger. Knochenmehrer. Ding. Man kann ja nie wissen, ne? Ka-bum. Smogmog. Warte mal, ich sollte... Komm. Ich hole Austausch raus. Der letzte Aurora-Strahl von dem hat ja auch super geklappt. Das sind so viele Forscher her. Wie ne Plage sind die. Nochmal das Ganze bitte. Und du bist platt. Platt wie eine Flunger. Du hast mich erwischt. Eiskalt. Wo bin ich denn hier? Oh. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Da kannst du rechts haben, mein Freund. Moment. Tauboga kommt als nächstes rein. Und... Wir machen mal Aero-Aero-Aero-Aero. Aero-Aero-Aero-Aero-Aero. Oh. Ich hab zwei Hyperheiler, aber... wenn wir es vermeiden können, tun wir es bitte, ja? Du wandelnde Kartoffel, du. Slimer. Nichts leichter als das. Wir machen Flügelschlag. Zack. Ja, Schlammbad war jetzt nicht gerade das, was ich jetzt haben wollte. Ich mach nochmal Flügelschlag. Ich mach nochmal Flügelschlag.